Hi und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal ganz professionell, wie es ihr sonst nicht kennt, mit meinem Mikrofon. Heute machen wir ein ASMR und ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Lehnt euch zurück. Ich bin ab jetzt ein Profi, ja. Und genießt einfach die Show. Ja, wir fangen einfach an mit einer etwas Leichterem. Denn wir wollen ja auch etwas Tolles machen. Wir lieben das. Oh, Born to be Wild. Ein Parfüm, was die Ossowash nachmachen soll. Yes, sehr gut. Ich kann es nicht mehr riechen. Mein armes Mikro ist jetzt voll damit. Und, naja, ich hoffe, ja, ich finde es gut. Na ja, machen wir weiter mit einem Theodorant meiner Wahl. Ah, es riecht so aus. So gut. So, powerful, protection, invisible tribe, man and care, sanfter verlege. Okay. So. Okay. So. Dann machen wir weiter mit Actually etwas sehr Süßem Was ich natürlich nur Bei euch habe ich gehört Also, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt Müsst ihr das jetzt tun Denn wenn wir dieses Jahr Mein Ziel erreichen Gibt es für euch wieder eine tolle Verlosung Vielleicht gibt es wieder Air Force zu gewinnen Deswegen abonniert jetzt diesen Kanal Nichts mehr zu verpassen Und Erzählt es euren Freunden Teil dieses Video Und wie gesagt, abonniert diesen Kanal Und ja, ich zünde für euch jetzt Dieses süße Herz an Dieses, naja Krüppelherz, keine Ahnung Man darf hier eigentlich gar keine Wunderkerzen Beziehungsweise Feuerwerk machen mehr Was ich ja leider sehr, sehr, sehr schade finde Denn ich finde Feuerwerk gehört einfach zu einem Jahreswechsel dazu Oder zu Geburtstagen Deswegen mache ich das jetzt an und ich hoffe, dass ich mir nichts hier abwackele Aber Seht selber Ich tette, das ist für euch und für alle, die ich liebe Guys, you are so sweet Und warum geht das nicht an? I love it You love it too Yes Oh my god Danke, mache sie das echt Echt gut aus Jetzt ist es Aus Mein Gott, war das Special Er hat so viel Dreck gemacht Na ja Dann geht es weiter Nach dieser spannenden Aktion Habe ich natürlich Lust auf etwas Gelbes Auf was Leckeres Prost Sehr, sehr deliziös ist das Tropical Energy Getränk Dabei gönnen wir uns noch Ofengebrannte Chips Soyami Also ich muss ja sagen So Erbsenchips Und So Ofengebrannte Chips Die so angeblich nicht so viel Fett haben Aber die haben trotzdem viel Fett Die schmecken so geil Ich liebe die Sehr salzig Ich versuche es auch so Und hier Sehr, sehr deliziös Ja Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Dieses kleine und dahlsame Video Falls ihr mehr von diesen Galen ASMR wollt Dann Wisst ihr was zu tun ist Denn Ihr müsst Abonnieren Und wenn ihr das macht Dann ist das sehr gut Denn Das ist Sehr gut Und toll wenn ihr abonniert Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und dann würde ich mal sagen Sehen wir uns Bald wieder Auf meinem Kanal Habt einen schönen Tag Und Bis zum nächsten Mal Tschüss Ich versuche Jürgen Abschneгу Und Hope Hallo